Zumindest sein Teamkollege machte Hoffnung, dass Ferrari dieses am Ende noch findet. Kimi Räikkönen, Finnland, belegte mit 69.000 Sekunden Rückstand auf Riccardo den zweiten Platz. Punkt, 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 Punkt. Knapp dahinter schloss Max Verstappen, Niederlande im zweiten Red Bull ab. Punkt, 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 Punkt. Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas, Finnland und Lewis Hamilton, Großbritannien lag auf den Rängen 4 und 5 schon jeweils rund 8 Zehntel zurück. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Ich war heute das Problem, das Auto ist gut, sagte Vettel anschließend, ich habe es einfach nicht zusammenbekommen. Punkt, 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 Punkt. Auf dieser Strecke ist es eben schwierig, den Rhythmus zu finden. Punkt, 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 Punkt. Auf den schnellen Runden hat das bei mir nicht funktioniert. Mit den Long Runs den Rennsimulationen am Ende des Trainings war Vettel dagegen ziemlich zufrieden. Punkt, 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 Punkt. Und das war ja erst der Freitag, Hamilton wartet auf ersten Sieg, Weltmeister Hamilton wartet vor dem vierten Saisonrennen am Sonntag, 14,10 Uhr, noch immer auf seinen ersten Sieg und liegt im Klassement, 9 Zähler hinter Vettel. Punkt, 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 Punkt. Er räumte ein, dass Mercedes nicht schnell genug war, ich werde vor dem Qualifying an die Türen aller Ingenieure klopfen, damit wir die notwendigen Änderungen umsetzen. Etwas schneller als der Ferrari-Star war am Freitag Renault-Pilot Nico Hülkenberg, Emmerich der Zehnter wurde. Punkt, 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 Punkt. Der Niederländer, der schon an den ersten drei Rennwochenenden durch Fehler und Unfälle aufgefallen war, krachte nach rund einer halben Stunde der ersten Session in die Begrenzungsmauer und beschädigte seinen Boliden. Punkt, 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 Punkt Video Halo spaltet die Formel 1, fürchterlich der größte Rückschritt. Video Halo spaltet die Formel 1, fürchterlich der größte Rückschritt.